Wir wissen alles über die Mühle. Es gibt Sondermühle. Altglas. Restmühle. Altpapier. Garten Affeile. Grüne Porte. Sperle. Genau. Altkleidsammlung. Ja, wunderbar. Produktionsabfall. Biome. Elektronik Schott. Schottstoff sammeln. Ja. Ja, du. Schottstoff sammeln. Ja. Ja. Der Mühlkopf in Mühl sortiert. Einlagen. Mühlverwirkungsanlagen. Kompostierung. Einlagen. Schottplatz. Ja. 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 Schottstoff sammeln. Oder Recycling. Oder Koffie bender. Ja. Koffie bener. Koffie bener. Vielen Dank.